so freunde ich möchte mich jetzt schnell mit einer schnellen news ja die gerade reingekommen ist und zwar money boxing sané also freunde da hängt der haus sägen schief beim fc bayern wie man so schön sie sagt oder zumindest sieht ja freunde der money dem hat da irgendwie was nicht gepasst auf der bank die ganze zeit und da liegen die nerven lang und da sind die nerven mit ihm durchgegangen man liest ja immer netter mann hat halb afrika aufgebaut spendet immer freit sich und ist ein humaner mensch aber hier kam der afrikanische mohammed ali instinkt aus dem heraus und er boxte sony freunde er boxt man muss man muss sagen den einzigen kampf den sané in seinem leben absolviert hat war wohl auf der playstation ja so gesehen gar keine kampferfahrung man kann ich mir gut vorstellen in afrika in so ländern die 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 arme sind muss man sich behaupten kennt man ja auch hier aus aus dem neuköllner ghetto oder aus meinem polnischen ghetto da da kann jeder kämpfen ja eine besser der andere schlechter aber kämpfen kann jeder so gesehen denke ich dass er schon über erfahrung verfügt und somit mit einem punch diesen fight entschieden hat hat er aus der lippe geblutet und ich möchte ich möchte mich kurz an mann hier wenden auf englisch weil der versteht ja kein deutsch freundlich freunde und möchte ihm kurzerhand mal was was mitgeben denn ihm ist ein kleiner fehler unterlaufen ja hello money i can't i can understand your frustration um you are of the bank and you can not playing and by i'm losing leverkusen lose freiburg dfb pokal lose man seri lose um and yeah it's a big frustration for for a player for a world-class player a that have win the champions league the win the african cup i i can very good understand but you'll make one mistake you punching that not the right person you you have punching the right person you you have punching den falschen you you have punching den falschen yeah the next time in the in the back game in the rück spiel rück rück game versus manchester city when you come from the bank and you lose the game after the match you must punching hassan s hassan s hassan s that that is the 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 mistake of bayern munich yeah all the problems making hassan s not sunny sunny is is a kid you cannot at a man man a powerful man boxing a kid that was a mistake sunny yeah that i agree with you and good luck in diesem sinne freunde schlägerei beim fc bayern ja das hat hier noch gefehlt am ende des tages also mal schauen was als nächstes passiert ja in diesem sinne grüße ich loter matthäus